Joho, verehrte Zuschauer, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Let's Play Child of Light. Nach der Action in der letzten Folge kann man ja auch kurz einfach mal zwei Minuten innehalten und diese wunderschöne, genügsame Atmosphäre des Dorfes genießen und sich vielleicht mit diesem alten kleinen Tatterkreis da drüben unterhalten. Es freut mich sehr, mein Herr. Das ist schlimmer als jedes Unkraut. Aber zum Juckal habe ich noch, als ich in mein Haus kam, die blühen dann ab im Wald, hörte ich diesen Laut. Aber damals im Jaden ging ein Haus. Liefen mich dann, nur mit Mühe kam ich fort. Zuhause konnte ich nicht, stehe es mir im Dicken Zeh. Oh, weh? Ja, das war versuchte Mord. Armer Mann, habt ihr kein Zuhause? Seid ihr vielleicht auf Hilfe aus? Mit dem Schwert um hier hin? Bist du nicht so ein Hasenfuss wie mein Enkelsohn? Könnte am Ende eine Belohnung stehen. Oh, das sieht so aus wie eine kleine Nebenquest, die wir da gerade eben erhalten haben. Grauen im Garten. Aber erstmal hier Fertigkeiten-Upgrade. Wir haben ja durch den Bosskampf ganz schön was dazu bekommen. Und was machen wir denn da? Hier gibt es Heap gegen alle Mächtigen. Ah, das ist doch genial. Komm, da gehen wir direkt richtig heftig drauf. Und bei unserer lieben Rubella, hieß sie ja, glaube ich, gehen wir auf die Verteidigungsaufwertung. Bei dem Zauberer, also dem Enkelsohn, der anscheinend, also das ist, glaube ich, der Enkelsohn von dem, vermute ich jetzt einfach mal, gehen wir dann auf... Da ist es natürlich... Also da geht man auf die einzelnen Upgrade der Elementarsachen. Aber Tempoerhöhung ist vielleicht schon mal keine so schlechte Idee und nochmal Tempoerhöhung, weil der kam mir ziemlich, ziemlich langsam vor in unserem Bosskampf. Aber was war denn jetzt eigentlich die Mission? Das wollte ich mir angucken. Dazu muss ich... Das machen wir doch direkt. Also, guck mal, das ist wahrscheinlich hier irgendwo drin. Können wir denn eigentlich mit allen reden? Tatsächlich, das Kind, das in den Brunnen stieg. Den bösen Zauber hat es besiegt. Aber Moment, da muss man, glaube ich, durch die Wohnung rein, oder? Oder wie genau funktioniert das? Ich glaube, da müssen wir irgendwie hier durch. Wo auch immer der Garten sich befindet. Findest du aber schön, dass es Nebenquests gibt. Die sollen zwar im Spiel jetzt nicht gerade eben, äh, sonst wie gesät sein. Also eigentlich eher recht rar. Und da kann man sich auch noch so ein bisschen durch die Gegend, äh, unterhalten, wenn man möchte. Natürlich nur im kleinen Rahmen. Aber jetzt lass mal gucken, ob ich denn hier irgendwo in den Garten reinfinde. Was gibt's denn hier noch? Huh? Das ist aber einer hier. Schmeckt direkt mit dem Vogel, dann gut. Ich kann nicht wegnehmen, ich hoffe, die habe ich nur für einen Epel. Appel. Wir holten dann raus, schau, unter Birgit und Pappel. Hä? Wie jetzt? Da ist eine Schaufel, ja. Ja, und jetzt? Was mache ich denn mit der? Das ist irgendwie so ein Professor und er baut eine Schaufel, oder was? Was für ein Krampf. Das Problem ist, ich weiß gerade eben nicht, wie ich die alle sprechen will. Äh, weil die alle so ein bisschen ähnliche Stimmen besitzen. Ich verhungere Phrase, ja, mein Hut. Ach, jetzt kommt wieder der gleiche Text wie vorher. Ach, ja, ach so, ah, ah, jetzt habe ich verstanden den Dialog. Und zwar, der möchte einen Apfel und dadurch würden wir dann die Schaufel bekommen. Und die Schaufel brauchen wir dann bestimmt in einer der weiteren Quests. Jetzt schauen wir uns mal weiter um hier. Hier geht's schon mal nicht weiter raus, da könnten wir uns noch mit dem unterhalten. Ich lese das jetzt mal nicht einzeln vor, ihr habt ja selbst Augen im Kopf. Da ist verschlossen. Da ist auch noch irgendwas von Finn, soll uns retten. Da waren wir doch gerade eben drin, Kedos. Warum läufst du denn da nochmal rein? Also einen Apfel finden, im Garten alles platt machen und dadurch die Schaufel bekommen. Das ist der aktuelle Auftrag, aber dazu müsste ich halt erstmal in den Garten reinfinden. In den Boden kann ich auch nochmal zurück, wenn ich möchte. Wollte ich jetzt aber auch eigentlich gar nicht. Dankeschön. Ich bleib da, ich bleib da, ich bleib, ich bleib da weg. Ich möchte nicht mehr in den Garten. Ich weiß, wir sind sehr produktiv in den ersten paar Minuten dieser Episode. Slash gar nicht. Aber guck mal, das ist ein Sänger. Verzeiht, das Höchste vom Hohen, habt ihr es gesehen? Nie davon gehört, aber ich habe proposed, dass Modal Tempels waren auf Erins Klippe stehen. Ah, das ist eine Frau. Ja gut, Frauen sprechen hier halt ein bisschen tiefer. Da war was. Da ist was gesprungen. Wohin genau, führen uns unsere Schritte? Frage mich doch etwas leichteres, bitte. Wartet. Haben wir etwas vergessen? Ganz genau. Nämlich mir. Erst letzten Monat wurde ich 13. Was? 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 Du siehst nicht aus wie 13, sondern höchstens wie 130 vielleicht. Bin jetzt ein Mann, versteht ihr? 13? Mit diesem Bart? Wir sind wirklich alt und schneller hier. Aber ich habe so Bock. Jungs, Vater warf mir raus. Hilft mir, mutig zu sein wie ein Stier. Na gut, folge einfach unserem Licht. Nur bitte, schnarche nicht. Recht hat sie. Darauf bin ich nicht erpicht. Echt schwierig, das hier irgendwie anständig zu synchronisieren. Mann, 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 Mann. Also ich laufe einfach mal weiter. Ich habe jetzt keinen Weg in den Garten direkt gefunden. Ich kann natürlich nochmal gucken, ob sich das irgendwie ändert. Aber ich... Also der Garten wäre ja hier, das, oder? Aber da komme ich irgendwie... Keine Ahnung, du. Wie wir da... Wie wir da hinkommen. Ich gucke jetzt nochmal hier kurz drauf. Vielleicht stehe ich gerade auch vollkommen auf dem Schlauch. Am blühende Baume in... Nee, da muss ich schon in den Wald gehen. Am Mathildeswald. Also vielleicht ist... Finden wir das, wenn wir ein bisschen weiterlaufen. Das könnte ja... Geht es jetzt zum Mathildeswald? Zu den Rambeter-Evon? Wir laufen jetzt einfach mal weiter. Wenn nicht ist das ja auch kein... Wupsala! Wenn nicht ist das ja auch kein Drama. Wenn wir diese Nebenquests nicht beenden. Oder nicht machen. Oder vielleicht irgendwann anders mal erledigen. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Und das finde ich sehr, sehr... Ja, von wegen Kinderspiel, ne? Hier bei solchen Monstern, da denkt man sich aber auch seinen Teil. Das sieht nämlich ziemlich creepy aus. Ach, wir haben immer noch die Kombination hier. Die belasse ich auch mal so. Die finde ich nämlich ganz gut. Und dann kann er nämlich direkt mal hier diesen Kollegen überrumpeln. 49 Schaden. Mal schauen, wie schnell wir den Down kriegen. Und hier vielleicht... Obwohl es bringt jetzt nichts von ihm. Also von unserem Zauberer hier. Die Elementarangriffe zu benutzen. Wo das halt gar keine Elementar... Ne, ne, ne. Nicht fliehen. Nicht fliehen. Wo das gar keine Elementarwesen sind. Deswegen nutze ich hier wieder Aurora. Im normalen Kampf setze ich einfach mal auf bloße Muskelpower. Und vielleicht den ein oder anderen Lichtstrahl. Oder das ein oder andere Sternenlicht. Ich glaube, das ist effektiver, als hier jetzt mit Feuer und Blitz und... Sonstigem Gedönsel durch die Gegend zu arbeiten. Wir können jetzt ihn unterbrechen, wenn wir es geschickt machen. Und wenn wir ihn... Ah, das klappt ja dann nicht mehr. Da kommt der Hölzer in der Pfeil angeflogen und macht uns direkt mal 24 Damage. Aber ihn können wir unterbrechen. Und die Überrumpelung dann direkt wieder auf dieses... Was ist das bitteschön für ein Wesen? Also ich hätte gerne mal eine Monsterbeschreibung. Finde ich sehr, sehr unangenehm vom Monsterdesign her. Boah. Ah, das reicht wahrscheinlich nicht mehr für irgendeinen Heap. Obwohl, die Überrumpelung, die kommt noch durch. Ach, schön. Ich habe vorher bemerkt, dass das Spiel hier tatsächlich auch bei Let's Play Together, also der Show vom Gronk und vom Sarazar... Guck mal, hier ist ein Wind und der treibt uns nach hinten. Der Show vom Gronk und vom Sarazar vorgestellt wurde in der letzten Episode, die sie dort gemacht haben, letzten Freitag. Muss ich mir mal anschauen, was die so genau zu dem Spiel gesagt haben. Und wie sie es denn befinden. Ich hatte ja schon das Gefühl, also ich habe kurz eine Minute lang reingeschaut, dass der Gronk da einen ähnlichen Geschmack hat wie ich und das eigentlich ganz schön fand, glaube ich, oder? Also jedenfalls, der Grafikstil wurde zumindest gelobt, ja. Das ist doch schon mal was. Aber das Rahmschütz hat das ja eigentlich vorgestellt, oder? Ich weiß es nicht. Jedenfalls vom Gronk.de-Team. Let's Play, das ist ja auch die Trash Tasmani. Das heißt, wenn ihr einen weiblichen Eindruck haben möchtet vom Spiel oder eine weibliche Meinung zu bestimmten Szenen oder gar komplett den Kommentator wechseln möchtet, was ich jetzt mal nicht hoffe, aber dann könnt ihr ja gerne mal auch bei ihr da reingucken und einen lieben Gruß aus der Zone dalassen. Das freut mich nämlich immer wieder, wenn man untereinander ein bisschen freundliche Kommentare dalässt. Wir sind ja alles eine große Community. Da kann ich wahrscheinlich noch nichts draus machen. Dachte ich mir fast. Da wahrscheinlich auch nicht. Nee. Da auch nicht. Aber vielleicht, wenn ich das hier wegmach... Ich kann hier gar nichts draus machen, oder? Es gibt mehrere Kombinationen. Mir hat es auch irgendjemand in die Kommentare geschrieben. Ich habe mich jetzt allerdings nicht so gut informiert. Jetzt verbringe ich mal wieder eine halbe Ewigkeit mit diesen Okuli. Er erhöht den körperlichen Schaden um 20%. Angriff war so... Machen wir das weiter so mit dem Blitzschaden hier und... Da mache ich das mit dem... Mit den 5 EP wieder drauf und... Wieder das mit der Magie. Wunderschön. Und dann muss ich jetzt das aber mal auf die Rubella alles nochmal draufpacken. Das hätte ich eigentlich von... Ich glaube, ich bin in der genau gleichen Ausrüstung wie gerade eben noch. Ja, super bin ich. Ich bin ein Profi. Erdwiderstand. Knall mal, das funktioniert ja bei uns auch eh. Moment, das fand ich jetzt nicht so gut. Warte mal, warte mal. Das ist, glaube ich, besser, wenn wir hier körperlichen Schaden... Ja. Machen wir so. 1, 2, 3. Hallo. Doppelklick. So. Hop, 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 hop. Und das mit dem Plus 2 Maximal MP. So ist schön. Das ist doch super. Und jetzt, wo soll ich denn hier eigentlich hin? Also hier wehen starke Winde. So starke, dass wir uns kaum richtig halten können. Und wir gehen einfach immer weiter. nach Westen. So wie wir das vorher schon die ganze Zeit gemacht haben. Und links geht es immer noch weiter zu den Rambeter-Ebenen. Und mit Leer können wir rasen. Und mit Rasen können wir hier, glaube ich, durch oder wie? Okay, nee, da müssen wir so und uns dann eben oben halten. Guckt mal, was wir da Schönes bekommen haben. Steigert die Magieresistenz permanent. Und das machen wir wieder auf die Aurora drauf. Weil die ja einfach so unser kleines Nesthäkchen ist, auf die wir vielleicht ein bisschen besser aufpassen müssen. Es weht und bläst ein starker Wind. Nach dir, mein Vater, sehnt sich dein Kind. Moment, ich möchte hier hochgehen. So viel Gefühl. Ach, wüsste ich doch auch. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Das war eine ganz schön, ganz schön windige Aktion hier. So, ich möchte nämlich hier noch rein. Und währenddessen reden die hier gerade eben noch darüber, dass ihr Vater ihr bester Freund ist und ihr immer zu helfen weiß. Und das erzählt natürlich auch eine ganz schöne Geschichte von Familienliebe und Zusammenhalt hier. Also ich finde es einfach ein sehr, sehr sympathisches Spiel. Grundsympathisch nenne ich das einfach mal. In die Okuli wollte ich gar nicht rein, sondern ich wollte im Inventar auch nochmal kurz diese Magieresistenz auf unsere gute Aurora packen. Und ehrlich gesagt ist mir diese Protagonistin total sympathisch. Das ist mal was anderes so, jemand Zerbrechlichen in einem gewissen Rahmen zu spielen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also eben nicht in super starken Helden, sondern in Kinden. Verletzliches und gefühlvolles und freundliches, liebes, wohlerzogenes Kind. Ja, ist mal wirklich was anderes. Macht Spaß bisher, auf jeden Fall. Die Rambeter-Ebene. Auf die Uhr wanderte über traurige Auen, hinab in ein staubiges Tal. Hoch und tief suchte sie Sonne und Mond. Die Verzweiflung wurde ihr zur Qual. Doch gerade als sie sich sicher war, die Suche sei vergeblich, jeder Hoffnung war, gab der Pfad ihr Preis. Nein, nicht der Sonnenlicht. Geduld, mein Kind. So schnell geht das nicht. Da sind wir im nächsten Kapitel angelandt. Oh, Ignikulus, komm geschwind. Tiefer als tief komm ich nimmer. Schau zum Himmel, Aurora, mein Kind. Das Höchste vom Hohn suche ich noch immer. Links geht es zu den Windrädern und guckt euch mal an, wie das wunderschön aussieht. Was ist das da am Wegesrand? Und übrigens, da ging's, den Wald haben wir hinter uns gelassen. Wir haben jetzt leider das nicht geschafft, den Nebenquest zu erledigen, die Nebenquest zu erledigen, aber ihr wisst ja, dass ich eh in Rollenspielen, so wie ich das bei South Park gemacht habe, vielleicht den ein oder anderen Nebenquest mal mache, aber eigentlich sehr, sehr viele im Let's Play nicht behandle, damit man sich das Spiel auch noch nachkaufen kann und nach dem Let's Play spielen kann, Let's Play spielen kann und trotzdem noch was Neues hat, weil wenn ich alle Nebenquests zeige und 100% Let's Play mache, dann hat das gar keinen Anreiz mehr, sich das Spiel vielleicht nachträglich irgendwo mal zuzulegen und selbst zu spielen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich mit den Nebenquests ein wenig fahrlässig umgehe. Wie hab ich denn die Rubella gesprochen? Irgendwie so ein bisschen, vielleicht hat sie einfach eine wechselnde Stimme. Sie ist heiser oder sowas. Der Zirkus war hier, ganz ohne Frage. Sobald wir das Zelt finden, lass ich meine Stimme erklingen und beginn meine brillante Bühnen. Zukunft. Du meinst Karriere. Hör, was ich sage. Auch schön, wie immer diese kleinen Gespräche zwischendrin eingeführt werden. Upsala hier. Mann, 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 Mann. Das Wasser treibt uns also auch nach unten. Und damit ist ja jetzt auch so ein bisschen was spielerisch Neues dazugekommen mit diesen Wasserfällen oder vorher den Winden. Und upsala, was haben wir denn da für einen Typen? Also das Monster-Design ist auch echt wie aus einem Märchenbuch rausgerissen. Und da sind sie wieder, unsere Lieblingsgegner. Die fliegenden Scavenger. Es ist, ach ja. Komm, aber die sollten die sich ja jetzt ein bisschen schneller erledigen lassen. Die sind ja ziemlich aufgelevelt. Ach, guck mal, da reicht ein Hit raus und die sind direkt einen Kopf kürzer. Nochmal ein Hieb und oh, das hätte ich mir aber jetzt mehr von erhofft. Überrumplung und mit etwas Glück wir haben ja das Tempo von Aurora. Ja, schön. Damit können wir ihn, wenn er in der Vorbereitungszeit war, nochmal ein bisschen zurückstufen. Wir setzen den Lichtstrahl ein auf diesen großen Typen, obwohl ich den eigentlich gar nicht angreifen will, weil der sieht freundlich aus. 73 Schaden. Und ein Lichtstrahl mit 8... Oh, 28. Das ist kein dunkles Wesen. Deswegen machen wir da nicht so viel Damage mit den Lichtstrahl-Attacken. Also die richtig dunklen Wesen waren eher die Geister oder diese äh, diese Gargoyles. Deswegen vielleicht ein normaler Angriff. Ja, der normale Angriff macht viel mehr Damage, als wir mit dem Lichtstrahl gemacht haben. General des Lichts und bei beiden gab es einen Stufenanstieg dazu. Das ist doch ein Grund zur Freude sowie ein ungeschliffener Saphir. Wo wollten denn wir hier... Wir wollten auf den Hieb alle gehen, deswegen Verteidigungsaufwertung. Und... Wo haben wir denn noch einen Fertigkeiten... Wir haben doch noch einen Fertigkeitenpunkt, dachte ich. Hä? Hier ist doch jemand ein Level aufgestiegen. Wo ist denn der hin? Vielleicht habe ich mich auch nur übersehen. Oder habe ich was übersehen. Äh, jetzt warte mal. Wir haben noch einen Okuli bekommen. Und zwar ist das ein ungeschliffener Saft. Den packe ich einfach mal hier oben drauf. Wir kümmern uns um die Okuli mal, wenn wir ein bisschen mehr haben, dass wir einfach nicht jede Folge irgendwie acht Stunden im Okuli-Menü rumhängen. Das finde ich nämlich auch ein bisschen anstrengend. Und hier in der Droge ist ein Ein-Lull-Elexier. Äh, Ein-Lull-Elexier. Ein-Lull-Elexier. Nicht Ein-Lull-Elexier. So. Der kann uns aber auch... Hallo? Na? Der will uns ja gar nicht angreifen. Nur wenn wir halt nah ranlaufen. Dann greift er uns an. Boah! Was ist denn das für eine Tante hier? Mann, macht ihm eine Gesichtsmaske, Kollege. Das ist ja... Das ist ja vom Allerfeinsten, wie das Vieh aussieht hier. Jetzt können wir, wenn wir gut rangehen, können wir vielleicht beide überrumpeln. Und damit nicht zum Angriff kommen lassen. Ich probiere das einfach mal. Das könnte... Ja, guck mal. Also wenn man das Kampfsystem, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht und das anständig nutzt, dann sieht man, kann man wirklich durch die Kämpfe kommen, ohne irgendwie LP zu verlieren. Wenn man einfach gut mit dieser Vorbereitungszeit und dem Unterbrechen arbeitet, weil dann kommen die gar nicht zum Angriff. Also das funktioniert richtig klasse, wenn man so arbeitet. Ich finde ja diese Trompeten im Hintergrund bei der Musik genial gemacht. Also ich habe ja extra auch die Mucke in den letzten Folgen ein bisschen lauter gestellt, damit ihr die auch in voller Pracht mitbekommen könnt. Denn das ist tatsächlich mit... Ja, neben dem Grafikstil das Beste am Spiel. Würde ich mal so behaupten. Jetzt hat auch Rubella einen Stufenanstieg spendiert bekommen. Und schon wieder ein ungeschliffener Saphir. Du, die bekommen wir ja echt am laufenden Bann. Was ist denn hier drin? Da könnte natürlich auch ein Okuli drin sein. Ne, Beschleunigungselixier. Also, ins Fertigkeitenmenü und hier wollten wir... Ach, guck mal, wir sind schon fast vor der Überrumpelung für alle. Das ist... Oh, das wird super, wenn wir die haben. Ey, dann sind die Kämpfe... Dann können wir die ja eigentlich immer unterbrechen, weil wir ja immer mit Rubella nur einen Angriff machen müssen, um alle gleichzeitig zu treffen. Wäre natürlich wünschenswert. Moment, wie komme ich hier rein? Von der anderen Seite. Ich muss irgendwas mit diesen Windrädern machen, die hier in den Fels eingearbeitet wurden. Und hier drin ist ein starkes Heiltonikum. Wir haben bisher kaum... kaum Tränke benutzt oder benutzen müssen. Aber wo muss ich denn jetzt hier lang? Sag mal. Kann ich hier irgendwie weiter oder komme ich hier irgendwie rein? Oder habe ich irgendwas... Irgendwas verpasst? Hier vielleicht, oder? Ach, guck mal. Ja, tatsächlich. Ups. Ja, das ist aber unfreundlich hier, dieses Windrad. Warum hat denn das Zacken dran? Fehlkonstruktion. Das war natürlich nur dafür gedacht, dass hier kleine Kinder durchfliegen und deswegen von dem Windrad auf die Fresse bekommen. Hä? Die sieht ja aus wie wir. Ist das die Herren des Lichts? Täuscht mich mein Auge? Ignikulus, ist sie da? Ja, es ist meine mittlere Schwester, die süße Nora. Kann das denn sein? Du lagst im Bett, aschfahl wie ein Brett. Es war zum Verdrießen. Es ist ein Wunder! Mutter und der Herzog werden Tränen vergießen. Wie lang bist du schon hier? Wie geht es, Vater? Er fühlt sich schlecht, leidet gar sehr. Seit er zu Bette liegt, einen Tag ist es nun her. Sanft habe ich ihn in den Schlaf gewiegt. Amseln flogen durch die Luft. Flieh der verströmten, herrlichen Duft. Dann das Grauen. Der Turm hinauf schleppte mich ein Schuft. Hilflos zerrte man mich in einen Spiegel hinein. Ein Spiegel? Ich frage dich, wo kann der sein? Gehen wir nach Haus zu Mutter und Vater. Frohen Mutes werde ich dich begleiten. Der Weg führt hoch in die Berge hinauf. Unterwegs warten viele Schwierigkeiten. Als Familie überwinden wir für wahr. Jedes Hindernis heute und immer da. Nora hat sich der Gruppe angeschlossen. Also ist jetzt auch unsere ältere Schwester dabei. Die süße Schwester. Uiuiui. Das ist aber hier ein sehr lassiver Titel. Mal gucken, was die so drauf hat. Zehn Fertigkeitenpunkte haben wir bei der zu verteilen. Das ist ganz schön viel versteinern und aha eindullen kann sie auch. Die ist also so ein bisschen hier nochmal ein weiterer Tank der Gruppe und kann beschleunigen. Ne, die ist für Buffs und sowas zuständig. Wo gehen wir denn da drauf? Wo gehen wir denn da drauf? Ähm, hm, 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 hm. Ich gehe mal den Weg hier. Weil dann können wir direkt einlullen für alle Gegner und versteinern für alle Gegner und das passt ziemlich gut. Ja, benutzen wir die doch mal. Jetzt haben wir schon vier Teammitglieder, ey. Das geht wirklich ratzfatz voran in diesem Let's Play. Und da oben haben wir mal wieder einen von diesen, ach, ich finde die ja, ich finde die ja super, ey. Da, boah, da kriegt man ja mehr Albträume von als von Gämer des Mill. Und guck mal, Kleinstein ist auch im Let's Play. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber, ist auch am Start. Und, keine Ahnung, warum ich das gerade eben einsammel, obwohl wir können ja mal die LP hier heilen. Will ich jetzt mal vielleicht, hm, komm, ich probiere jetzt mal unsere Schwester direkt aus, wenn wir die ja gleich bekommen haben. Und zwar Wechsel auf Nora. Plupp, da ist sie. Und sie hat natürlich auch ein wunderschönes Schwert und ist auch ein bisschen größer in einem weißen Kleid und kann entweder versteinern oder einlullen oder alle einlullen. Aber das braucht sehr, sehr lange. Ich drücke es mal auf versteinern und gehe da auf die Steine. Obwohl, ich möchte erst mal hier den Typen fertig machen, weil der, wie gesagt, ich finde den sehr unangenehm. 39 Schaden und hat das jetzt irgendwas an, an, an Extra, Extras gebracht, also dass der jetzt irgendwie langsamer ist oder so. Boah, das war, die sind schwierig, also drei Gegner sind echt tausendmal schwieriger zu kontrollieren und die Nora bekommt hier direkt ganz schön auf die Schnauze. So, dann versteinert doch vielleicht mal den hier, den Kollegen, damit ich hätte ihn verlangsamen sollen. Dann hätte er nicht angreifen können, aber jetzt wurden wir unterbrochen. Das habe ich ja total toll gemacht, ey. Also bisher bin ich nicht so überzeugt von der Nora. Ich glaube, die ist erst gut, wenn sie wirklich auf alle gleichzeitig ihre Effekte einsetzen kann und das mit dem Versteinern hat bisher gar nicht gut geklappt. Nee, 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 nee. Ich glaube, das wird nicht so mein Charakter hier, so nach dem Ersteindruck. Wahrscheinlich verwende ich ihn bisher auch noch ziemlich falsch, aber bisher nicht so. Das ist, ah, verdammt, schon wieder richtig einen Fehler gemacht, ey. Ah, ich sollte mich jetzt mal, ich sollte jetzt mal wirklich fokussen auf jemand und nicht hier, hier drauf. Also, der wäre damit down. Ich bin auch gerade nicht richtig gut am stun, aber ich kann ja mal hier die Kräfte nutzen, um Nora zu heilen mit allem, was wir da haben an Licht von Ignikulus und er geht dann mal hier drauf. Übrigens, ihr fragt euch so oft, warum ich die Heilung von Rubella nicht so oft benutze. Das habe ich schon öfters in den Kommentaren gelesen und einmal auch sehr, benutzt die Heilung, verdammt nochmal, du Idiot. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die Heilung nicht benutze, weil wir sie bisher eigentlich noch nicht wirklich gebraucht haben und weil ich die MP mir dann lieber für andere Attacken aufspar. Wo Rubella ja, glaube ich, gar nicht so viele andere Attacken außer den Schutz drauf hat. Ist halt der Healer der Gruppe oder die Heilerin der Gruppe, obwohl der Healer gibt es ja nicht im Femininen. Boah, jetzt gehen wir aber gerade beide ganz schön auf den Sack, also dann hätte ich lieber mal Aurora gehabt. Komm, wir heilen mal da so viel wie geht. Hm, Wiederbelehmung oder heil dich, heil dich einfach mal selbst eine Runde und sie kann ja dann nochmal auf das Versteinern gehen. Heilung! 73 ist auch eine ordentliche Zahl für die Heilungsfertigkeit und jetzt weichen die auch hier andauernd aus. Also diese kleinen Steinverschnitte hier, die machen uns ganz schön zu schaffen. Vor allem, weil die auch andauernd Kraft sammeln und dadurch wahrscheinlich andauernd ziemlich stark gebuft werden. Was ist denn einlullen? Komm, sie sollen mal den Oberen da einlullen. Dann gucke ich mal, ob das irgendwas bringt, was wirklich die Benutzung von dem Charakter auch rechtfertigt. Ah, das verlangsamt. Okay, das gibt ihr tatsächlich einen Vorteil, weil das ist der erste Charakter, der das ja als Fertigkeit kann hier. Boah, gehen die mir auf den Sack hier mit ihrem Rumgestampfe, ey. Die gehen mir ja so richtig auf den Keks, aber dieses Versteinern hätte ich damit gerechnet, dass die wirklich versteinert werden, ja. Also, dass sie sich eine Runde nicht bewegen können oder so. Vielleicht funktioniert das auch einfach bei den Steinen nicht. Das könnte auch sein. Komm, aber jetzt mach dem ganzen hier mal, komm, jetzt benutzt er einmal einen Trank, wir haben so viel Heiltonika. Dann kann man sich auch mal schnell einen kleinen Trank hinter die Binde knüppeln. Und vielleicht weiter noch mit Igniculus heilen. Jetzt aber beenden wir das Leben dieses kleinen Kieselsteins und bekommen 2280 EP dazu. Ich glaube, ich werde Nora in den nächsten Kämpfen nicht mehr benutzen und lieber wieder auf ihre kleine Schwester umsteigen. Aber das werden wir in der nächsten Episode sehen. Ich hoffe, euch hat auch das gefallen. Wir starten dann direkt mit einem Dialog in die nächste Folge. Bis dahin noch einen wunderschönen restlichen Abend oder morgen Mittag. Guten Abend! Ne, das ist das, mein Name. Let's play. Ciao, und reingehauen. ich glaube,